1, 2, 3, ja, klappt ganz gut. Ja, ich habe wieder mal eine Aktion anzukündigen. Jetzt am nächsten Wochenende geht es in Lingen gegen die Atomkraftwerke und auch Herstellung, sprich Aufbereitung in Gronau, Herstellung in Lingen. Und ja, da gibt es eine große Demo. Und ich fahre auf jeden Fall rüber, bin auch gern bereit, da noch jemanden mitzunehmen oder auch Mittwochgemeinschaften zu organisieren. Ja, wer Interesse hat, also Informationen gibt es bei mir und hier rechts zwischen den Fahnen erstens auch noch ein bisschen was. Und ja, wie gesagt, ich würde mich noch darum kümmern, dass wir da alle irgendwie hinkommen. Schönen Abend noch.